jo freunde was geht heute wieder mit einem neuen video hier auf meinem kanal und ja heute gibt es einfach mal ein neues video hier auf meinem kanal ja habe ich schon gesagt und ja einfach mal im g rush zum ersten mal und mir geht es heute eigentlich einfach nur darum mit blöcken zu spielen und schreibt gerne in die kommentare ob der mal ob der mal wahrheit oder pflicht in minicraft sehen weil es ist ihm einfach so mal eingefallen weil ich mir gedacht habe wieso denn nicht oh mein gott habe ich mir einfach so mal gedacht können wir hier machen und ja das ist schon rasanter pro echt ja er probieren auf jeden fall block immer so wie geht es in diesem video ist eigentlich ist das thema warum man kein video kam ja das war eigentlich daran weil ich keine zeit hatte was macht der typ jetzt elektron nein gott rasant der typ mein gott und wenn sie mehr videos auf enden geht also das ist ja mulllila sehen weil es schon schreibt es doch liebend gerne in die kommt oder nicht ernsthaft der typischen typisch ist schon oh ja bitte gut sauber macht auch so guter bro spielt auch mit blöcken so wie ich wollte block safe machen ja er spielt doch mit hack bitte nicht hack doch nicht komm schon wir sind in der aufnahme herzustellen kommen in der aufnahme ich kann nicht ausstehen okay wir sehen uns in der runde okay leute ich hier wären wir dann wieder ja alles klar also er hat seine hex ausgemacht danke an dieser stelle also muss ich sagen danke auf jeden fall aber lassen dass er seine hex ausgemacht hat aber das wird schon er hat jetzt mein bett ja oder er hat mein ja er hat mein nein ach 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 okay ach 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 Ok. Mach doch. Er ist gut, Leute. Die verkacke ich jetzt wahrscheinlich die Runde. Ja, ich werde sie sowas von verkacken. Alter, der Typ spielt so gut. Der Bäume ist wie ich. Ja, nice. Komm, den holen wir uns noch. Ja, sauber. Wenn wir den jetzt noch holen, den Typen. Er will mein Video nicht verlieren, oder? Ja, ich will nicht verlieren. Ich habe Bock drauf, ein Video auf YouTube zu verkacken. Ja. Oh, nein. Oh, das wäre so gut gewesen. Oh mein Gott. Leider, der Typ ist so Bro, Leute. Auf jeden Fall ein cooler Typ. Alter. Ich spiele leider jetzt auch nicht schlecht. Nee, bitte nicht. Mal lass doch deine Hex aus. Komm, flieg mich. Ja, also er hat seine Hex, glaube ich, echt noch an. Er fliegt nicht, oder? Nee. Alter, Päuschi, nee. Alter, Päuschi, nee. Alter, Päuschi, nee. Ja, komm, mach doch deine Hex aus. Alter. Ich höre. Ich höre überhaupt noch. Der Typ ist schon so großartig. Oh ja, geil Er hätte fast unser Ding gehabt Oh ja, nice Die Runde klappt, ist doch eigentlich gar nicht mehr so schlecht, Leute, oder? Und ja, habe ich ganz vergessen Ihr müsst in die Kommentare schreiben, was ich in Wahrheit oder Pflicht in Minecraft machen soll Also nicht irgendwas mein Gesicht zeigen Das wird nicht passieren, zum Beispiel 180 Grad Drehung oder irgend sowas Dann blocken Oh ja, leck doch Leck doch neben, Mann Nein, bitte Okay, nein, das ist der Block, auf jeden Fall Oh, C, okay Alles in Ordnung, bitte, Typ Ah, der hat so viel Ich brauche Klicks, ich brauche Klicks Oh, du willst überhaupt mein Eck abbauen? Nein Nein Bin ich schon wieder mit der Schell? Pickaxe, komm, spiel tight Ja Ja Und irgendwann wird natürlich auch Fortnite kommen Aber es kommt auch wie wohlversprechend auch noch Mini-Craft Also für die Und ja Nice, dann haben wir diese Runde schon mal gewonnen Lasst ein Like dann Aber vergiss nicht, schreibt in Wahrheit oder Pflicht, was in die kommt Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Zuerst die positive Bewertung da Und dann tschau